Wir atmen ein, Bauch noch vorne, wer möchte kann den Atem kurz halten oder gleich wieder ausatmen und Bauch hinein. Wir erkunden als nächstes die Atm-Halte-Phasen. Einatmen, Bauch noch vorne, atmen, kurz halten, noch der Einatmung oder vollständig ausatmen, der Bauch geht hinein und noch der Ausatmung, kurz den Atem halten. Wieder einatmen, jeder in seinem Rhythmus. Wir versuchen in der Haltephase ganz entspannt zu sein, leichtes Lächeln und langsam wieder ausatmen, Bauch hinein. Letzte Runde. Dann atmen wir vollständig aus, der Bauch kommt hinein. Und dann bereiten wir uns langsam vor, nach oben zu kommen. Und wir kommen einmal auf die Zehenspitzen, auf die Füße. In einem aufrechten Stand. Wir können gerne wieder die Fenster aufmachen für den Gorilla. Und es geht los, wir schauen, dass wir gut stehen, die Füße hüftbreit und wir atmen ein, Bauch nach vorne. Wir halten den Atem an und klopfen einmal den ganzen Brustraum wieder schön auf. Trommeln, trommeln, trommeln. Und sobald der Impuls kommt, atmen wir aus. Huff, 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 huff. Stützen uns vorne ab. In leeren Lungen. Wer möchte, zieht den Bauch leicht ein. Als nächstes, sobald der Impuls kommt, richten wir uns wieder nach oben ab. Zweite Runde. Und einatmen, nach oben. Atem kurz halten und trommeln. Dieses Mal seitlich, da schön wieder zwischendurch. Rippenmuskulatur von oben bis unten. Äußern klopfen. Huff, 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 huff. Ganz ausatmen. Leere Lungen. Bauch ein bisschen einziehen. Oder weiter für Udhyana Bandha. Und dann, sobald der Impuls kommt, richten wir uns wieder nach oben auf. Und letzte Runde. Wir atmen wieder vollständig ein. Der Bauch geht nach vorne. Wir halten den Atem an. Dieses Mal mit der flachen Hand wieder ein bisschen mehr hinter der Brust. Trommeln. Mit eurem Gefühl gehen, in dieser letzten Wiederholung. Ich werde er länger halten. Oder mit mir. Huff, 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 huff. Ganz aus, aus, aus. Und Bauch einziehen, so weit wie es geht. Wir aktivieren wieder den Willen. Und dann atmen wir ein. Wir kommen nach oben. Und lockern äußerst aus. Wir haben als nächstes dann einige Erholungen für die Schultern. Das heißt wir atmen nach oben. Einziehen die Schultern nach oben. Und atmen dann aus. Bringen die Schulterblätter zusammen. Und drücken die Schultern nach oben. Wieder einatmen. Schultern nach oben. Und aus. Halbkreis nach hinten. Schulterblätter dann gut spielen. Die Skapula. Und ganz aus. Wieder einatmen. Schultern so weit wie es geht. Und aus. Nach hinten. Und unten. Gut. Und dann ein bisschen auslockern und ausschütten. Bevor wir dann zum Sonnengruß kommen. Und wir werden aus dem Sonnengruß heraus ein paar Variationen machen. Gut. Wir kommen nach vorne aus die Matte. Fußinnenkanten parallel. Die großen Zehen berühren sich. Schatz, dass die Beine wieder nicht ganz gestrickt sind. Sondern leicht gebeugt. Brustkorb nach vorne. Hände vor die Brust. Und wir erinnern uns kurz, wie wir heute üben möchten. Und lassen das entsprechend dann in unseren Sonnengruß einließen. Und einatmen. Wir strecken uns einmal schön an nach oben. Atmen nach vorne aus. Gerne beugen, wo es wichtig ist. Und rechtes Bein nach hinten. Und linkes Bein dazu. Wir können es alles gleichmäßig. Ob noch unten bringen. Oder auch die Knie. Dann erst die Brust und dann bis hin. Einatmen. Kleine Cobra. Und wer halt nicht so intensiv üben möchte, kann auch im Vierfüßverstand bleiben. Statt dem heratschalten Hund. Drei Atemzüge. Wer im Hund ist. Drückt schön die Fersen nach hinten und unten. Und einatmen. Rechtes Bein nach vorne. Linkes Knie bleibt am Boden. Damit wir es rückspielen im linken Oberschenkel. Und linkes Bein dazu. Wir atmen aus. Einatmen. Arme seitlich noch oben. Hände vor die Brust. Einatmen. Wieder strecken. Von her zu raum weit werden. Und nach vorne verneigen. Einatmen. Linkes Knie nach unten drücken. Und rechtes Bein dazu. Wir atmen aus. Legen ab. Und einatmen. Kopf ein bisschen heben. Zurück oben. Und nach hinten. Vierfüßverschauen oder herabschauen. Und wieder drei Atemzüge. Abwechselnd rechte und linke Ferse. Und nach hinten drücken. Und wir atmen ein. Der linke Fuß kommt nach vorne. Das rechte Knie bleibt am Boden. Und rechtes Bein dazu. Wir atmen aus. Konzentration auf dem Brustraum. Weiter aufrichten. Schnee weit werden. Hände vor die Brust. Und einatmen nach oben. Aus nach vorne. Rechts nach hinten. Wer aktivierender üben möchte, bleibt kurz in der Planke. Alle anderen atmen aus. Legen ab. Und ausatmen. Einatmen. Kopf heben. Und weiter zum Wunsch. Richtes Bein nach vorne. Und linkes Bein dazu. Einatmen. Arme seitlich. Hände vor die Brust. Und einatmen. Aus. Und einatmen. Wer möchte hält. Für zwei. Eins. Und langsam aus. Einatmen. Gruppe. Und aus. Und links nach vorne. Und links nach vorne. Rechts dazu. Nach oben ein. Brustkorb strecken. Und aus. Und dann fließt du noch in die nächste Wiederholung. Wir atmen nach oben ein. Nach vorne aus. So, jetzt kommt das rechte Bein nach hinten. Rücken. Und ihr könnt so gern unter dem rückwärtigen Knie noch etwas unterlegen oder die Matte einmal rollen. Wir gehen nämlich dann als nächstes noch nach oben zu Anjaneyas. Das heißt, wir regeln einmal die Arme seitlich nach oben. Schau, dass das vordere Knie ungefähr über die Ferse ist. Den Brustkorb nach vorne. Und einmal leicht in diese Rückfolge hineinspüren. Nicht zu weit gehen. Und vorne aus. Linkes Bein nach hinten. Wir bleiben kurz im Stütz. Und atmen dann aus. Nach unten. Einatmen. Groben. Vielleicht geht's schon ein bisschen weiter. Ehe nach Dänische. Vorsichtig sein. Und zum herabschauenden Hund. Und von dort machen wir noch eine Hüftöffnung. Das heißt, wir gehen noch in den dreibeinigen Hund. Wir lösen einmal das rechte Bein. Drücken es so weit nach oben, wie es geht. Bringen dann den Fuß so weit beim Fußball spielen. Seitlich. Und ziehen das rechte Knie nach oben. Und lassen den Fuß, den rechten Fuß an der linken Außenseite so ein bisschen nach unten fallen. Und jetzt spüren in die rechte Hüfte sanfte Öffnung. Wir atmen als nächstes aus. Beugen das Knie. Beugen, 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 beugen. Und ziehen das rechte Knie nach vorne zur Brust. Dann den Fuß absetzen. Und Seite links nach vorne ziehen. Einatmen nach oben und Hände vor die Brust. Und auch bei der anderen Wiederholung spüren wir jetzt schön. Bei Angeliassa noch den Brustkorb noch einmal weit werden. Und im dreibeinigen Hund dann in die Hüftöffnung nach oben einatmen. Nach vorne aus. Links steigt nach hinten. Wir bringen den Schwerpunkt zentral in die Matte. Schöner Druck am linken Oberschenkel vorne. Wenn ihr das nicht habt, dann das Becken schön nach unten drücken. Der Bauch ist fest. Nicht ins Hohlbeutz rauswecken. Einatmen. Arme seitlich nach oben. Und dann die Rückbeuge machen wir so, dass wir den Brustkorb ein bisschen nach vorne oder oben drücken. Und ausatmen. Bleibt sich spitz. Und auf die Matte. Kleine Kobra. Oder ein bisschen höher. Und herabschauender Hund. Und jetzt kommt das nächste, das linke Bein langsam nach oben. Dreibeiniger Hund. Wer wieder weiter gehen möchte. Den Fuß zur kurzen Seite ausrichten von der Matte. Und dann am rechten. Rechts hinter uns. Nach unten den Fuß. Schön stellt sich vor. Er drückt sich das linke Knie nach oben. Die Hüfte wird da geöffnet. Und dann Bein beugen, beugen, beugen. Und linken Fuß vorne absetzen. Wenn es im Schritt nicht ganz machen geht. Wenn es im Schritt nicht ganz machen geht, findet sich da auch noch ein bisschen helfen. Die Handgelenke sind noch nicht ganz aufgewärmt für das. Aber man kann da auch noch ein bisschen nach oben auf die Fingerspitzen aufrichten. Vielleicht geht es dann den Fuß in Zukunft. Und dann rechten Fuß dazu. Wir atmen aus. Einatmen. Arme seitlich nach oben. Und Hände vor die Brust. Das heißt, wir spielen das jetzt ein bisschen im Brust dran. Im unteren Rücken. Und dann natürlich auch in den Hüten. Nächster Bereich, der noch ganz wichtig ist, speziell fürs Knie, ist der Quadrizebs. Und den werden wir als nächstes noch stärken. In Utkatasana. Ich zeige es euch kurz vor. In der Stuhlhaltung. Das heißt, die Elemente, die da wichtig sind, ist, dass wir relativ viel Gewicht auf die Fersen geben. Und schaut, dass die Füße ganz einander sind. Und da können auch die Knie eigentlich noch gegeneinander drücken. Dass wir da schön stabil sind. Wichtig ist, wir versuchen nicht ins Hohlkreuz auszuweichen. Sondern schön kompakt zu bleiben, wenn wir das Gesäß nach unten reden. Es wird intensiver. Wenn wir es mit den Armen nach oben machen. Und ein bisschen weniger intensiv, wenn wir die Hände seitlich halten. Gut. Es geht los. Für sieben Atemzüge. Wir atmen nach oben ein. Und dann langsam Knie zusammen. Gesäß nach unten. Der Bauch ist fest. Für sieben. Sechs. Wenn man mit den Händen umgreifen. Oder zu den Knien. Für fünf. Vier. Drei. Zwei. Und nach oben drücken. Und alles so ein bisschen ausschütteln. Und auslockern. Auch die Innenseiten. Der Oberschenkel. Alles so ein bisschen. Auch die Rückseiten. Die Hamstrings. Ausklopfen. Wir bringen das Gesäß nach unten auf die Matte. Mal Rücken. Entspannungslage. Schaut, dass du es gut ablegst. Gesäß. Schulterbereich wird geöffnet. Die Arme schön weit seitlich. Und. Ruhig. Für diejenigen, die den Atem ganz zur Ruhe kommen lassen. Also noch ein. Die können jetzt noch einige Momente entspannen. Für die. Die eher aktiver. Üben möchten. Die können noch. Gleich direkt einsteigen. Wir haben mit den Beinen jetzt schon Varianten können erklären. Noch zwei Mal gesagt. Entweder rechtes Bein. Oder so wie wir es gemacht haben gestern. Beide Beine gleichzeitig. Für die, die wieder aktiv üben wollen. Die machen beide Beine. Für die, die entspannt üben möchten. Die lassen das linke am Boden. Und eben das rechte. Mal nach oben. Und langsam nach unten. Wir wissen auch schon mal, wir halten jetzt intensiver. Mal das Bein wechseln. Für die, die nur mit einem Bein üben. Und halten. Langsam nach unten. Vielleicht nicht ganz. Oblegen. Für die letzte Wiederholung. Bein oder Beine heben. Und langsam, langsam aus. Und ablegen. Du kannst gerne die Bauchmusteln wieder ein bisschen aufwärmen. Die Hände drauf legen. Kurz entspannen. Gilt mal ein. Zum Schluss habe ich dann den Fokus noch auf dem Drehsitz. Der Drehsitz, der ans Öffnen kann, nervöse Leiden ein bisschen in den Griff zu bekommen, weil er ganz stark auf die zwei Nervenkanäle wirkt, die links und rechts in der Feinmuskulatur, links und rechts neben der Wirbelsäule nach oben laufen und das machen wir als nächstes. Wir haben den Drehsitz, der du kennengelernt, dass wir gesagt haben, wir strecken das rechte Bein aus und steigen mit dem linken Fuß rüber. Ich zeige euch heute noch die Variante, das heißt den vollen Drehsitz und das Kriterium ist eigentlich das, was passiert, wenn man jetzt große Katze oder Hund. Wenn wir das rechte Bein jetzt zuverziehen und dann anwinkeln und ablegen, dann, wenn beide Sitzbeinrücker am Boden bleiben, dann können wir gut in der Position bleiben. Sonst kann man sich etwas unterlegen oder stattdessen das Bein ausstrecken. spüren wir noch ein bisschen mit dem Abstand vom angewinkelten Fuß, vielleicht ist der schon in der Nähe vom Gesäß spürbar links und dann steigen wir mit dem linken Fuß einmal drüber. Beide Sitzbeinrücker drücken fest nach unten, wir bringen die Hände noch so ein bisschen unterhalb vom Knie zusammen und ziehen uns da ein bisschen in die Aufrichtung, dann gehen wir in die Rotation und da gibt es mehrere Varianten. Ihr könnt die rechte Hand einmal auf der Höhe vom Knie oder schon ein bisschen weiter dann langsam den Unterohren, so gehen Sie da so parallel zum Oberschenkel ab. Schaut einmal, wie es für euch passt, wenn es euch zu intensiv ist, die Hand wieder nehmen zum Knie und dann langsam folgt der Blick. Wichtig ist, dass wir damit die Schultern nicht klar werden, sondern schön aufrecht sitzen und wieder über die Wirbelsäule uns vorstellen, dass wir jetzt ganz gerade sind, die Lendenwirbelsäule wird da gerne ein bisschen schief. Für drei Atemzüge, wenn es mit der Wirbelsäule passt, gehen wir ein bisschen weiter über die Linke, Schulter schaust, für zwei, eins, und dann langsam lösen. Wechseln die Seite, also drehsitzgurt, wenn wir so gewisse innere Unruhe auch manchmal haben, um eine Rössern und dann Seite wechseln, linkes Bein einmal anwinkeln, rechter Fußsteig drüber. Schaut einmal, wie es euch mit der Variante geht. Ansonsten das linke Bein ausdrücken, wenn euch das zu intensiv ist. Wir gehen wieder in die Aufrichtung, Brustkorb weit, Schultern nach unten entspannen. Jetzt kann die linke Hand einmal zur Außenseite vom rechten Knie greifen. Erst für, dass hier noch mehr Dehnung auf der Außenseite, also im Außenrotator rechts. Wenn du mehr Dehnung spüren möchtest, da quasi, dann kannst du noch weiter auch den Unterohren zum Oberschenkel legen, aber schon langsam, langsam und langsam wieder für drei. Brustkorb bleibt weit. Und dann langsam lösen. Willkommen in Shavasana. Bei unserem Speed-Yoga möchte ich fast sagen, 30 Minuten, das ist schon knackig. Gut, in Shavasana zu Ende Entspannung und wir spüren dann heute in die Bereiche, die wir aktiviert haben, im Sonnengruß, alle Muskeln oder sehr, sehr viele Bänder und Sehnen. Dann in Anjanei Asana haben wir ein bisschen den unteren Rücken gestärkt gedehnt. Und im Drehsitz haben wir noch die Nervengeflechte ein bisschen gestärkt, rechts und links von der Virussäule. Und so gehen wir kurz in die Entspannung. Ich entspanne meine Füße, meine Beine und mein Becken. Ich entspanne Oberkörper, Arme, Hände, Finger und Schultern. Ich entspanne Hals, Nacken, Kopf und Gesicht. Einige Momente, in Stille. Einige Momente, in Stille. Und dann könnt ihr gerne strecken und dehnen. Und dann könnt ihr gerne strecken und dehnen. Kommt in eurer Zeit nach oben. Führt dreimal rum. So und Schluss. Oh-oh-oh. Oh-oh-oh. Oh-oh. Vielen Dank. Vielen Dank.